Herzlich willkommen zu einem neuen Vorgefordernheit. In diesem Video werden wir uns das Wildcard-Match der Trio-Offensiers anschauen. Das Ganze läuft ja so ab, dass ich bisher insgesamt zu 31 Trios fürs Finale qualifizieren konnte, was dann eben halt heute später stattfinden wird. Und es ist eben halt noch für ein weiteres 33. Trio Platz im Finale. Und das Ganze wird eben halt mit dem Wildcard-Match ausgelost. Dabei ist das Ganze so, dass die Pros nur eine einzige Runde spielen. Das heißt, alle restlichen Trios, was insgesamt dann 33 Trios in dieser Runde sein müssten, die spielen jetzt eben halt eine einzige Runde. Und dann als Placement-Punkte gibt es tatsächlich nur für den Sieg 100 Punkte. Könnte auch alles andere dort an Punkten stehen. Was das Ganze aber aussagen soll, ist ganz einfach, dass derjenige, der diese Runde mit einem Victory Royale ganz einfach gewinnt. Das heißt, man kann 0 Kills machen, aber den Sieg holen und hat sich fürs Finale qualifiziert. Man muss ansonsten wirklich gar nichts machen und das ist schon relativ chillig. Es gibt kein zusätzliches Preisgeld natürlich hierbei. Also es bringt einem nichts, wenn man irgendwie Zweiter oder so ist, was ja auch logischerweise nicht möglich ist. Auf jeden Fall werden wir uns das Ganze jetzt gleich anschauen. Wenn natürlich in Zukunft keine weiteren Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem, ihr werdet kommentiert und teilt natürlich auch gerne das Video und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. So, wir gehen jetzt direkt ins Early Game zu Stumpy. Stumpy, auch tatsächlich meine persönliche Prediction für das Trio, was jetzt dieses eine Match gewinnen wird, ist natürlich alles relativ random. Man kann natürlich eine Runde einfach komplett reinschucken und dann wird das nichts. Rescut hat jetzt hier schon den ersten genockt. Stumpy direkt mit dem zweiten auch genockt direkt. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Scram allerdings jetzt auch komplett finished schon. Ein Spieler von den Gegnern lebt jetzt nur noch. Das heißt, es sollte sogar relativ gut aussehen. Und tatsächlich ist der nächste jetzt auch wieder gefinisht. Damit auch auf jeden Fall keine Möglichkeiten mehr dazu. Und Stumpy killt auch noch den dritten. Das heißt, chilliges Early Game werden jetzt easy ihren Mate rebooten. Und damit fettet es sich auf jeden Fall. Die fünfte Sohn ist jetzt tatsächlich in Favor von den meisten Spielern hier in der gesamten Lobby. Denn das Ganze ist jetzt da unten. Wir werden mal direkt wieder zu Stumpy rüber schauen. Die haben jetzt auch wieder es geschafft reinzurotieren in eine riesige Base hier. Also die können auf jeden Fall chillen. Und die meisten können generell nicht chillen. Jetzt müssen wir noch ein paar aus der Region davon von Maestro hin rotieren. Aber ansonsten für die meisten relativ chillig. Die nehmen jetzt hier auch eine Shockwave. Chillig Rotation, 52 Spieler leben noch. Das gibt definitiv kaum Storm Surge jetzt in der nächsten Lobby. Wir müssen uns in der nächsten Zone. Wir schauen jetzt direkt zu Stumpy ins Endgame rein. Drei Kills hatten sie ja schon im Early Game gemacht. Haben wirklich sehr, sehr guten Loot. Metz sollten auch bei allen eigentlich noch relativ gut aussehen. Bounce Padden jetzt hier glaube ich direkt. Und kommen damit schon mal etwas weiter in die Zone. Hatten allerdings hier Far Rotation. Ich beliebe aber auf jeden Fall, dass sie das hier schaffen könnten. Storm Surge geht natürlich wieder nach dieser Zone an. Sie sind 64 Damage below. Das heißt dort sollten die definitiv ein bisschen Damage machen. Auch wenn die natürlich am Anfang ordentlich was gemacht hatten. Reicht das jetzt nicht mehr. Und es wird eben halt noch ordentlich lange Storm Surge geben. Ist ja alle noch alive. Storm Surge müsste jetzt glaube ich auch an sein. Da kam schon der erste Storm Surge hier direkt rein. 106 Damage jetzt drüber. Über Storm Surge. Und Stumpy hat es leider nicht in der nächsten Zone geschafft. Das heißt er ist jetzt dead. Damit schauen wir direkt zu Scram rüber. Nur noch als Duo jetzt. Scram auch null Metz mehr. Das kann man nur noch hoffen, dass vielleicht Draftskart ein bisschen was hat. Gehen jetzt hier in die Box der Gegner rein. Keine Lag wieder. Draftskart auch noch 100 HP. Scram sieht immer noch ganz gut aus von den HP. Aber wie gesagt immer gar keine Metz mehr. Stumpy hat jetzt noch Maestro geholt. Also den Finish haben die dafür auf jeden Fall auch bekommen. Bekomme jetzt hier schlicht den nächsten Finish. Scram aber jetzt auch down. Und nur noch Refs got alive. Der ist jetzt in der nächsten Zone. 50 Bills noch. Das könnte noch was werden. Sieht aber sehr kritisch aus. 13 Spieler leben nur noch 5. Insgesamt 5 Teams. Dann schauen wir ins Nate Trio rein. Die haben 10 Kills tatsächlich in der Runde schon gemacht. Das ist natürlich ziemlich krass. Jetzt geht es auf die letzte Zone zu. Nate Chitten müssen wir gerade noch in der Zone. Hat eine Bandage Barzooka. Zwei Pump. Ganz einfach im Inventar. Double Pump. Ist einfach wieder back. 20 Metz jetzt nur noch. Zwei Bills dementsprechend. Geht jetzt hier weiter. Nimmt die nächste Bandage Barzooka. Muss jetzt natürlich hoffen, dass da genug Schüsse drin sind. Und ich glaube, damit ist Nate auch down. Und es leben nur noch zwei Trios. Und zwar einmal das Trio von Maxe Feind. Äh, bitte. Und zwar einmal das Trio von Maxe im Low Ground. Und dann oben noch ein anderes Trio, was ich tatsächlich noch nie vorher gehört habe. Ich würde sagen, wir schauen ins High Ground Trio rein. Denn da sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und es sollte ein Cleaner Win da auf jeden Fall für dieses Trio sein. Hier auch schon insgesamt sechs Kills. Kaum Metz jetzt aber mehr. Kaum Ammo auch mehr. Ja, er ist jetzt nämlich in elf Schüssen alle. Einer Bounce Padded von hinten hoch. Maxe einen kleinen Shot-Up bekommen. Kleinen Lack nochmal. Exponential jetzt tatsächlich auch down. Damit Cleaner Win. Die 100 Punkte natürlich in eine Runde geholt. Und damit ist das tatsächlich das Trio, was jetzt das Ganze gewonnen hat. Keines der Favoriten Trios tatsächlich. Werden ja vermutet. Oder die Favoriten waren eigentlich solche Trios wie Pond Storm, Pioi von Vazir. Und es hat tatsächlich jetzt das Trio von Slash Dave, Espinade und Bobo Exelty gewonnen. Auf jeden Fall fettes Studio an dir. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne nicht in der Bewertung da lassen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.